Hallo, servus und habetere! Jetzt zeige ich euch wie man am schnellsten den Klo, Sarg und den Fastzombie killt, weil bekanntlicherweise sind diese drei Arten der Bots ja extrem gut gepanzert und man braucht, wenn man normal auf den Körper schießt, eine Ewigkeit, um sie zu zerstören. Wenn man jetzt aber genau auf die ungepanzerten Füße der Zombies schießt, sind sie circa so schnell weg, wie wenn man auf einen Pelonen-Zombie schießt. Man muss aber wirklich genau aufpassen, dass man genau drauf schießt, weil wenn man, wie ich hier, immer wieder den unteren Rand der Panzerung trifft, bringt es genau gar nichts. Am besten einfach immer auf den Schadenswert schauen und wenn so ein Schild um die Zahl ist, einfach weiter nach unten zielen. Ich hoffe euch hat der Trick gefallen und geholfen, wenn ja, lasst mir bitte einen Daumen nach oben da oder ein nettes Kommentar, würde mich natürlich sehr, sehr freuen. In der Mitte findet ihr den letzten Trick, wo ich euch zeige, wie man am besten die Kartoffelminen versteckt. Ich würde sagen bis 16 Uhr, bis zum nächsten Tipp und ciao! Bis zum nächsten Mal! Tschüss! Tschüss!